Schluss! Aus! Vorbei! Jetzt reicht's aber hier! Der 118. Part ist der letzte. Wir machen Schluss mit Mario Kart 8 und... Der Abschied ist nur relativ, möchte ich sagen. Denn das Format, es lebt immer weiter, ja. Es begann 2010 mit Mario Kart Wii Online, wo wir dann auch über diverse Themen gequatscht haben. Und es war sehr intensiv auf der Wii U. Mit 145 Parts Mario Kart 8 Online. Dort haben wir natürlich erstmal die neuen Strecken erkundet und so. Aber dann nach einer gewissen Zeit hatten wir in jedem Part ein eigenes Thema. Und das war sehr angenehm. Das habe ich dann 2014 bis 2017 so gemacht. Bis eben, ja, Mario Kart 8 abgemeldet war und Mario Kart 8 Deluxe für die Switch erschien. Da haben wir uns natürlich in aller Ruhe erstmal den Battle Mode angeschaut. Aber auch da diverse Themen gehabt. Allerdings nur 30 Parts, denn da war die Luft schnell raus. Weil das lief ja schon lange Zeit. So. Und allmählich hatte ich das Format ein bisschen vermisst. Seit ich es 2017 an den Nagel gehängt hatte. Und ich war schon ein bisschen auf der Suche, wie wir das wieder beleben können und so. Ich habe schon überlegt, dass wir vielleicht einfach wieder Mario Kart 8 Deluxe so neu starten. Zweite Staffel quasi. Aber da kam mir der Booster-Streckenpass genau recht. Der war für mich gemacht in der Situation, dass das Game halt neue Strecken bekommt. Was soll ich euch erzählen? Ihr wisst es. Das war im März 2022. Das ist eine gute zweieinhalb Jahre her. Also das Let's Play läuft und lief von März 2022 bis August 2024. Und ich habe eine Heiden-Gaudi. Wisst ihr noch, wie das angekündigt wurde? Wisst ihr noch, wie wir uns damals gedacht haben? Boah, so viele Strecken. Sechs Wellen verteilt über die nächsten bis Ende 2023 hieß es damals. Und wir dachten uns so, boah, Ende 2023. So lange soll es die Switch noch geben, war unser Tenor. Ja, und ich dachte mir schon so. Und deswegen war es für mich, also ich wusste genau, was ich zu tun habe. Ich wusste genau, was ich machen wollte. Und genau das habe ich getan. Ambitioniert, Themen satt noch und nöcher. Neue Strecken gemischt mit alten, die wir schon kannten. Aber die sind ja auch gut. Ist ja auch ein gutes Spiel, so. Was willst du hören? So, und über was wir alles geredet haben, ja, das können wir heute nochmal durchgehen. Also das Thema des letzten Parts ist die Themen bei diesem Let's Play. Ja. Aber ich möchte zuvor noch eine Sache sagen. Ja, zum einen erwarte ich für nächstes Jahr, für die nächste Nintendo-Konsole, das nächste Mario Kart. Also das hier jetzt abzuschließen, hier Abschied zu nehmen und so, ist relativ. Weil es lebt ja auch in Zukunft weiter mit dem nächsten Mario Kart. Wo wir nicht wissen, ob es sich gänzlich unterscheiden wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich irgendein krasses Gimmick ausdenken oder, ja, irgendwelche Items, mit denen vielleicht nicht alle zufrieden sind. Wer weiß, wer weiß. Oder auch eine Overworld, so zeitlich begrenzte Events oder viel mehr Outfits und Punktesystem wie ein Mario Kart Tour. Da wiederhole ich mich immer wieder gerne. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ich denke mal, wenn das nächste Mario Kart kommt, wir spielen es online. Wir werden uns erst mal die neuen Sachen anschauen müssen, weil ich erwarte dann viele neue Sachen. Und, ja, dann mit der Zeit können wir gerne wieder über Themen quatschen. Das ist vielleicht sogar ganz gut, dass wir uns bis dahin wieder ein bisschen regenerieren. Ich muss mir jetzt nämlich immer schon ein bisschen Gedanken machen, über was quatsche ich mit euch als nächstes. Aber dieses Let's Play fühlte sich in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen in die Länge gezogen an. Lange Zeit hatte ich das Gefühl, das passt perfekt dazu. Das ist eine wunderschöne Ergänzung. Jetzt, also, nachdem Welle 6 die letzte Welle kam und wir jetzt kein Content mehr zu erwarten haben und sich da auch der Staub gelegt hat, ne, wir haben uns dran gewöhnt, dass wir alle 6 Wellen haben. Ja, da habe ich noch weiter gemacht und noch weiter. Mein großes Ziel der 100 Parts habe ich, habe ich souverän geknackt und übertroffen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Also, ihr merkt, ich habe jetzt nochmal einen Schwung aufgenommen die letzte Zeit, um nochmal ein paar Themen zu erzählen von meinen Lehrern und so. Und damit ist jetzt Schluss. Ja, was nicht heißt, dass wir mit Mario Kart Schluss machen müssen. Also, zum einen habe ich was gehört von einem krassen neuen Hack. Custom Track Grand Prix für MK8 Deluxe. Vielleicht mal anschauen bei Zeit. Vielleicht aber auch nicht. Ne, bleibt abzuwarten. Und selbst wenn, ne, was ich jetzt nicht gemacht habe, seit wir den Booster Streckenpass haben, ist im Twitch-Stream. Mario Kart 8 gezockt mit euch oder fast gar nicht. Sehr selten. Vielleicht ein, zwei Mal vorgekommen. Früher war das gut und gerne mal gesehen. Gechillt in der Lobby mit den Zuschauern zu zocken. Da dachte ich mir so, naja, ich spiele es ja schon auf YouTube. Jetzt wäre das eventuell, wenn wir wieder Twitch haben, ist ja momentan eine Sommerpause, ist mir einfach viel zu heiß hier. Da, äh, da können wir das vielleicht auch mal wieder machen bei Zeit so. Kein Stress, kein Stress. Und ansonsten geht es ja weiter mit dem nächsten Mario Kart. Also ihr seht, die, die Möglichkeiten, die sind unbegrenzt. Ja. Nur dieses, diese Art von Let's Play zu diesem Booster Streckenpass in der Form, da machen wir jetzt einen Schlussstrich, ne. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und deswegen haben wir das so. So, ich möchte noch eine wichtige Sache erwähnen. Und zwar, was mir schon immer wichtig, ja, wenn ich Mario Kart mit euch spiele, Let's playe und so weiter, steht nicht unbedingt meine persönliche Leistung im Vordergrund, ne. Ich hab nichts davon, wenn ich immer den, den besten Fahrer nehme und möglichst gut fahre, dann krieg ich vielleicht ein paar mehr Punkte. Aber was halt auch schon oft meine Marschgute war, ist, äh, ja, sehr zu variieren mit den Fahrern. Das mach ich auch bei regulären Let's Plays, sei es zum Super Nintendo-Teil oder N64. Das sind acht Parts, das sind acht Fahrer, also zeige ich jedem Fahrer einmal. Selbst wenn vor allen Dingen auf dem Super Nintendo die, äh, Schwer-Klasse-Fahrer wie Bowser und Donkey Kong Junior wirklich, äh, schwierig zu steuern sind. Wo sich das wirklich mal gerecht hat, ist, äh, bei meinem Mario Kart Wii Let's Play. Da hatte ich ja 2020 nochmal zugeschlagen. Und da konnte ich, glaube ich, auch nicht jeden Fahrer nehmen, weil das mir, äh, es ist ein bisschen Skill-basierender, der Vita, ne? Bei Mario Kart 8 war das nicht so. Oder ich war's mehr gewohnt. Da konnte ich, hab ich bei der Wii U schon gemacht, bei dem Let's Play zu MK8 für die Wii U online. Da hab ich jeden Fahrer mindestens einmal gezeigt, die meisten sogar mehrfach. Und auch da gab es ja schon für Yoshi und für Shy Guy insgesamt neun Fahrer. Ja? Und da hab ich mir gedacht, ja gut, dann machen wir das halt. und ich, ich hab auch jede Yoshi-Farbe und jede Shy Guy-Farbe im Mario Kart 8 Wii U Let's Play gezeigt. So, und genau dasselbe hatte ich natürlich auch hier vor. Ja, zumal anfangs ja nicht mal neue Fahrer angekündigt waren, ne? Anfangs war ja nur die Rede von neuen Strecken und deswegen bin ich auch wieder durchgegangen und wollte jede, jeden Fahrer mit euch abklappern für die maximale Abwechslung. Ja? Auch wenn's für mich ne Umstellung war, auch wenn ich dann halt vielleicht einmal mehr weg Mario kartet werde und Punkte verliere. Meine Platzierung war mir nicht so wichtig wie die Abwechslung für euch, für meine Zuschauer, damit's für euch noch ein Ticken interessanter ist, als wenn ich immer denselben Fahrer nehmen würde. Versteht ihr? Und deswegen hab ich das auch wieder vorgenommen. Womit ich halt nicht gerechnet habe, ist, dass neue Fahrer hinzugekommen sind und der erste neue Fahrer war Birdo und auch Birdo hatte wieder neun Farben. Da hatte ich auch schon ein bisschen Angst, ne? Das schaffe ich nicht, wenn jetzt die anderen Fahrer, die noch kommen sollen, alle auch mehrere Farben haben und so. War ja nicht so. Ne? Aber was noch hinzu kam, waren ganz viele neue Mi-Outfits. Auch auf der Wii U gab's da schon ganz viele durch die Amiibo, ne? Mario, Luigi, Toad, Sonic, Pac-Man, Olimar, die waren schön und auch die wollte ich nochmal alle zeigen, aber dann kamen mit der fünften oder sechsten Welle nochmal ganz viele Mi-Kostüme dazu von Mario Kartu und so weiter und die wollte ich natürlich vor allen Dingen die neuen Sachen zeigen. Also jetzt nach 118 Parts habe ich euch jeden Fahrer auch wieder mindestens einmal gezeigt und auch tatsächlich sechs der neuen Yoshi-Farben, fünf der neuen Chi-Guy-Farben und sechs der neuen Birdo-Farben. Sprich, wir haben nicht alle Farben gesehen, aber ich finde es auch schon ein bisschen ungerecht, so oft Birdo zu sehen, wenn dann Funky Kong, Diddy Kong, Pauline und wer da nicht alles kam, nicht so viel gezeigt werden, nicht so viel dabei sind, Digler vielleicht. Ähm, versteht ihr den Punkt? Also ich war schon bedacht, ne, das zu machen und ich habe euch auch alle neuen Sachen gezeigt, alle neuen Charaktere, alle neuen Mi-Outfits, aber halt, es fehlen auch fünf Mi-Outfits von früher, Luigi, Peach, Fox, Toad und Rosalina. Wie gesagt, die habe ich ja alle in der Wii U-Version schon gezeigt. Also, ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm, dass wir nicht alle Yoshi, Shy Guy und Birdo-Farben gesehen haben. Ich glaube auch, wir haben alle Inkling-Farben gesehen, männlich, weiblich, grünhaarig oder dunkelhäutig und so weiter. Das, auch da war ich für maximale Abwechslung vorhanden. Heute im letzten Part hatte ich mal Funky Kong, weil er ist, er ist cool, er ist Meme und ich freue mich einfach, dass er dabei ist und er ist ein Kulti. Mit anderen Worten, wäre das Let's Play jetzt noch weiter gegangen, hätte ich auch die anderen Yoshi, Shy Guy und Birdo-Farben und die alten Mi-Kostüme, die ich noch nicht gezeigt hatte, auch nochmal reingeparkt. Aber ich werde jetzt nicht nur für irgendwelche alten Mi-Kostüme, die wir sogar im alten Let's Play halt auch schon mal gesehen haben, das Let's Play künstlich in die Länge ziehen. Deswegen. Aber ich war sehr drauf bedacht, euch möglichst viel Abwechslung zu bieten und ich hoffe, dass es, das ist angekommen, hoffentlich. Ne? Und wie gesagt, meine Leistung damit eigentlich in den Hintergrund gerückt. Steck's ja oft nicht drin. Generell, auf was für ein Niveau wir schon angekommen sind, ne? Mit den Punkten, was ich da manchmal für Verrückte in der Gruppe habe. Ich versauber, aber die ziehen mich ab, ne? Oder Mario karten mich vom Feinsten, also das ist jetzt schon, die Gruppe macht auch schon, ist ein Riesenunterschied. Bin im letzten Mal beim Kumpel mitgefahren, so, und der hat halt auch nur tausend noch was Punkte und die waren alle so schwach, ne? Also der Unterschied von der Lobby, wo ich inzwischen angekommen bin, zu einer Casual Lobby ist wirklich schon krass. Muss man ganz ehrlich sagen. So, und über was wir alles geredet haben in diesem Let's Play, das waren ja fast nur Diskussionspart, was auch gut ist, ne? Also abgesehen von, von den neuen, also die Parts, wo wir über die neuen Strecken geredet haben. Part 2 zum Beispiel, ich hab nebenbei eine Liste offen und spick immer so ein bisschen. Auf welche kommenden Games freut ihr euch? Auf dem Samten ist noch Sonic, wegen Sonic Frontiers drauf, Kirby und das Vergessene Land, Mario Strikers und Splatoon 3. Das sind, ja, Spiele von 2022, die wir damals in Ausblick hatten, ne? Wir kamen ja auch quasi frisch von der Nintendo Direct. Ähm, YouTube-Netzwerke haben wir drüber geredet, das ist auch schon wieder lang her, ne? Dann hatten wir ein Part über Netflix-Serien und Anime. Ich hab wirklich sogar mal gedacht, dass ich noch ein Anime-Part mache, aber, ja gut, hätte ich jetzt auch nicht viel zu ergänzen gehabt. Der Katzen-Part über, hab ich über die Katzen geredet, ich meine Kindheit hatte oder in der Gegenwart. Interessant ist auch Part 6, ne? Über die Urumstellung, wo wir uns schon drüber aufgeregt haben, oder in erster Linie, ich hab mich drüber aufgeregt, ähm, dass ja eigentlich, ne, der EU-Rat gesagt hat, von wegen, wir machen jetzt, wir schaffen jetzt mal die Urumstellung ab und die Frage, dauerhafte Sommerzeit oder zurück zur Normalzeit, ne? Die Winterzeit. Also, ohne da jetzt ins Detail einzugehen, können wir ja den Part immer noch anschauen, um meine Meinung dazu wissen. Aber schon damals war das halt so nach dem Motto, warum kommen die nicht zu Potte damit? So, und jetzt, über zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später, ne? Einfach nix passiert, nix passiert. Wo ein bisschen was passiert ist, ist beim Drachenlord, da haben wir in Part 7 drüber geredet. Da hab ich auch vorsichtig mit dem Thumbnail, ne? Die Schande gezeigt und Shenlong als den Drachen, der dann Metal-Leute sagt. Ja, das dürfte auch outdated sein, ne? Bei dem ist auch ein bisschen was passiert. Aber auch interessant ist, pass auf, hier, Part 8, E3, komplett abgesagt, RIP E3 für immer. Das war damals noch ein bisschen Spekulation, das war ein provokantes Thumbnail von mir, mit einem Grabstein, wo E3 draufsteht, 1995 bis 2021, was man ja noch versucht hat. Ne? Also 2022 sollte die E3 digital stattfinden, ich glaub, so war das, 21 auch? Bin mir nicht sicher, aber ich glaub, 2019 war natürlich die letzte, dann kam Corona und hat natürlich den Todesstoß gegeben. Aber die E3 22 wurde komplett abgesagt, nicht mal ein digitales Event, dann haben sie es für 2023 wieder vorgehabt und daraus ist auch nichts geworden und dann gab es auch kein digitales Event und 2024, da hat man schon Ende 2023 gesagt, gut, dann lassen wir die E3 einfach komplett sein. Das war's, tschüss mit Ös. Und das hab ich halt damals schon so prognostiziert und mit dem Thumbnail gesagt, 1995 bis 2021, obwohl es gar nicht feststand, kann man einfach die letzte E3, die für 2021, betrachten, weil danach, die wurden ja nur abgesagt. Die waren geplant, wurden aber abgesagt. Nur mal so. Was auch vorhin noch viele sehr neu war, habe ich anhand der Kommentare damals vernommen, der Part über die letzte Generation. Das war ein richtiger Aufreger, da hab ich mich sehr intensiv damit befasst damals und hab mir die ganzen YouTube-Videos angeguckt, wo die sich da auf die Straße setzen und wie die Autofahrer da berechtigterweise nicht gut drauf sind und darüber haben wir geredet. Fand's aber witzig, dass viele meiner Zuschauer damals davon nix mitbekommen haben und erst in den Folge Wochen und Monaten, als es noch intensiver wurde mit der letzten Generation und sollte Straßenblockaden da, äh, ja, da haben viele gesagt, ach stimmt, Markus, was du mir immer erzählt hast, jetzt hab ich's auch mitbekommen, so, nach dem Motto. Inzwischen ist es ja nicht mehr so, hoffe ich, und wenn die das jetzt weitermachen, ab und zu bekomme ich mit, dass die irgendwie einen Flughafen nerven oder so. tatsächlich find ich's besser, als wenn man die arbeitende Bevölkerung gegen sich aufbringt. Das ist ja auch gegen das eigene Ziel. So, was für ein Auto fährt LPM? Da hab ich auch drüber geredet, über die Autos, die ich hatte seit 2007, 300 Zahl. Nintendo-Serien auf der Switch und in Zukunft, schwierig, also gleichzeitig hier gucken und Switch und in Zukunft, ja, welche Serie noch Zukunft hätten, ich glaub, da war Pikmin, war Pikmin 4 angekündigt, aber ich hab Metroid Dread auf dem Thumbnail, solche Sachen. Dann, besonderer Part, ich war Neo-Ultimate auf Flirtlife.de, da ist das Thumbnail ein bisschen irreführend bei Part 12, da bin ich der Heide-Payne-Herald und hab so ein bisschen die Let's-Play-Marcus-Meme-Gesichte, Texturen da reingefotoshoppt, ja, weil ich nicht wusste, wie sonst, ne? Flirtlife.de sieht natürlich seit vielen langen Jahren ganz anders aus, sieht heutzutage aus wie eine typische Online-Partner-Börse, war damals nicht so, ich erkläre es, wie es damals war, war lustig, ne? Das war meine erste, das war vor YouTube, hatte ich schon eine Community mit tausenden, tausenden Anhängern, ist ein gutes Wort, ne? Abonnenten, Zuschauer oder Fans, alles falsch, Anhängern, ne? Das war eine wilde Sache, also ich kannte mich mit Online-Communities schon aus, da erzähle ich ein Part 12 darüber, Part 13 ging um Videospielverfilmungen, ich glaube, da haben wir über den Mario-Film von 1993 auch geredet, ohne zu wissen, oder ich glaube, der Mario-Film, der neu kam, wurde da schon angekündigt, aber man hatte noch nichts gesehen, so kann das sein, aber halt auch die Sonic 1, 2, Kinofilme und weitere, wie Resident Evil, Mortal Kombat, kurz angeschnitten, Internetkriminelle bedienten sich an meinem Bankkonto, ja, das war eine wilde Sache, da hatte ich von erzählt, das war nicht lustig, dann generell über Volksfeste Kirmes, Fußballpart über Darmstadt 90, ja, sowas altert halt auch wie Milch, aber es, man kann sich das theoretisch anschauen für die damalige Zeit, so ein bisschen, von Nachbarn und Mülltrennung, da müsste ich nochmal überlegen, was genau da Thema war, also, der Müll hier, wo ich wohne, die, ich, ich, ich gucke mir das auch inzwischen weg, ich reg mich nicht mehr auf, so, wenn ich da irgendwas in gelben Sack schmeiße und der ist voll mit Restmüll oder umgekehrt, dann soll das auch so sein, aber da war noch ein anderes Thema und ich weiß nicht genau, was, so, neues Geschlechterwechselgesetz, Gendersternchen, möchte ich auch nochmal betonen, ganz wichtig, ne, ähm, wenn, wenn, ne, von wegen, das verwechseln viele heutzutage, diese Diskussion, gendern oder nicht gendern, ähm, wenn irgendjemand sagt, ich weiß nicht, es war in irgendeinem Mario-Spiel dabei, genau, hier die, die Sniff-It-Show, wo der sagt, liebe Shy Guys und Shy Guysinnen, wo der dann sagt, oh, jetzt wird auch gegendert bei Paper Mario, nein, das ist nicht damit gemeint, das Gendersternchen ist, wenn du nicht sagst, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so ist ja richtig, so ist ja altmodisch, so hat es ja der Thomas Gottschalk im Wetten, das schon vor tausend Jahren gemacht, ja, sondern, ähm, wenn du heutzutage halt nur sagst, liebe Zuschauerinnen, ne, nimm dir doch die Zeit, sprich alle an, soll das nicht das Ziel haben, alle anzusprechen, männlich wie weiblich und divers, wenn du einfach sagst, Zuschauerinnen und Zuschauer, also, ich bin ganz ehrlich, sowohl das zu schreiben, als auch das so auszusprechen, äh, bin ich nicht dafür, sag ich vorsichtig, und, äh, ich hoffe, da können wir auch ein bisschen Vernunft walten lassen, so, Kame Simpupupur, äh, News von der Pokémon Presents, Sommer und Hitze, das ist natürlich auch wieder, kannst du jedes Jahr wieder bringen, den Part, das wurde aus den YouTube-Kollegen, gab's ein Part, da ist Ardo mit Luxai Klink und Sui Schomaro auf den Thumbnails, Aktenzeichen XY und andere True Crimes, alles über Retro Achievements, warum ich Splatoon 3 nicht spielen werde, ja, aber immerhin hab ich Splatoon 3 mal, äh, auf nem Thumbnail gehabt, äh, Part 27 ist interessant, PS5 Pro und Switch 2 schon bald, ja, damals vor, fast zwei Jahren, naja, gibt es heute keine PS5 Pro und keine Switch 2, aber sie waren schon mal auf dem Sampleil, ne, hehehe, ja, ja, es ist ja, ne, da war ein bisschen, ne, man muss ja immer ein bisschen diskutieren und über die Gerüchte küschen sich eben auf dem Stand halten, Meinung zu Casino-Streams und Glücksspiele, das, das, das kam, äh, von den Klicks her, hab ich gemerkt, also es war irgendwie zu dem Thema voll die Diskussion und ich, äh, Leute haben auch gesagt, so, gib du mal den, Markus, was hältst du eigentlich von Casino-Streams, da hab ich da drüber geredet und, äh, also die meisten haben es nicht mehr angeklickt, ne, also, ja, was soll ich schon für Meinung haben über Casino-Streams, ne, könnt ihr euch ja denken, Sterbefälle in der Familie, ja, da ging es drüber, dass mein Opa gestorben ist, 22, und dann hab ich nochmal, glaube ich, ein bisschen zusammengefasst, dass es alles ein bisschen traurig ist, aber, Part 30, nicht nur bei mir sind sie gestorben, auch die Queen Elizabeth, ist auch schon wieder so lange her, zwei Jahre, haben wir den König Charles, haben wir den König Charles, ne, von dem hörst du aber auch nichts mehr, oder, so, so allmählich, also der Schied, glaube ich, auch eher eine ruhige Kugel, der scheint so zu sein, GTA 6 League, stimmt, auch das, inzwischen hatten wir ja immer einen richtigen Trailer, aber GTA 6, äh, ansonsten scheint immer noch ein weiter Ferne zu sein, wie kam ich ans Internet, auf YouTube zum Let's Playen, das ist immer für manche Leute bestimmt sehr interessant, meine Laufbahn und Zukunft auf Twitch, ja, mal so, mal so, ne, Aufstieg und Fall von Yo-Kai Watch, da haben wir auch mal drüber geredet, und dann der Mario Brothers Kinofilm, äh, da sehe ich auch schon, äh, auf dem Thumbnail, wenn ich so rüber spicke, da wussten wir dann auch erst, äh, da hatten wir nur den ersten Teaser-Trailer und da haben wir halt schon mal, äh, drüber diskutiert, Fußball-WM-22 in Katar, natürlich umstritten, Generation XYZ, dann, Game of Thrones und House of the Dragon, ein, also verhältnismäßig sehr wenig geklickter Part, schämt euch, ne, jetzt ist die zweite Staffel, House of the Dragon auch vorbei, und ich muss wieder zwei Jahre warten, bis zur nächsten Staffel, äh, es, es tut weh, ne, so tun sie mein Leben strecken, ganz ehrlich, ne, ich hab da Spaß dran, ich mag die Serien, doch, 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 ich mag auch das, das, äh, äh, philosophieren und überlegen, ich hab natürlich die Bücher jetzt auch gelesen, also das House of the Dragon, was da noch basiert, äh, schon langer Zeit, und ich bin eher gespannt, wie man das umsetzt, und welche Änderungen es in der Show gibt, also ich steck da voll drin, ich muss mich davon auch wieder ein bisschen distanzieren, damit ich da wieder, ne, das verschlingt, äh, kostet mir viel zu viel Energie, die Serien, wenn ich mich da reinsteigere. Ja, mit der dritten Welle kam dann auch neues Item-Menü, für individuelle Races, das haben wir ausgenutzt für einen eigenen Part, Jugendwort des Jahres haben wir besprochen, Film-Peach out of character, ja, die unnötige Diskussion, ob Prinzessin Peach im Mario-Kinofilm, äh, unnötig, äh, stark ist, und ich hab halt erklärt, dass sie das eigentlich schon immer war, ne, dass sie nie diese, weinerliche Prinzessin war, sondern dass Prinzessin Peach halt schon immer gesagt hat, ich pack an, ob das jetzt in den uralten TV-Serien war, oder in den ersten Spielen, je nachdem. Ja, was ich erstmal versteckt hatte, war Part 44, haha, Mario Kart 8, Deluxe Booster, Part 44, da war offensichtlich erstmal nur mein Mi, zu sehen, wie er, äh, auf dem Kart sitzt, und, äh, der war halt ein bisschen persönlicher, ne, der Part heißt, ein wahres Love-Drama aus meiner Jugend, und da geht's um so eine Dreiecksbeziehung, oder eigentlich sogar Vierecksbeziehung, wenn man's genau nimmt, mit, äh, Cartman, Cristiano Ronaldo, Lucia und mir, das war schon sehr persönlich, tatsächlich, also, da wollte ich auch nicht, weil ich weiß, dass auch so ein paar Leute das sich angucken, teilweise, aus der Ecke, und, ähm, da wollte ich halt so ein möglichst langweiliges Thumbnail machen, damit sich das keiner anschaut, der da nicht hin soll, aber ich geb euch auf jeden Fall meine Empfehlung raus, für Part 44, ohne da so viel zu verraten, ist nur ein Geheimtipp, ähm, Fußballveränderungen, WM-Nachreden, Sonic Prime auf Netflix, das hat sich auch von 2022 bis 2024 gezogen, genauso wie der Booster Streckenpass, Silvester damals und heute, ja, und dann begann die lange Serie, Zock mal live extended, das sah ich jetzt einfach mal so zusammen, da sind, glaube ich, die ersten Parts besonders interessant, wo es um meine Kindheit ging, weil ich einfach nur mal darlegen wollte, weil ich einfach mal aussprechen wollte, was ich so in Erinnerung hab, was ich früher gezockt hab, zu dem Zeitpunkt und, ja, das war fast schon eher eine Therapie für mich selbst, hat aber auch vielen gefallen, deswegen fand ich das eine gute Sache, wie ich das damals erlebt hab, meine Kindheit, äh, mit Gaming, und das ging halt immer weiter, ich hatte einfach viel zu viel zu bereden, ich sag mal, in meiner Jugend, so Gamecube, Xbox-Zeitalter, bis zur Gegenwart, und am Ende hab ich mir so ganz Spaß draus gemacht, und bin in die Zukunft gegangen, das haben viele gar nicht registriert, dass auf dem, äh, Thumbnail des letzten, zockt mal live, Extended Parts, dass da die, äh, dass da Fake-Konsolen drauf war, quasi die nächsten Playstation, Xbox und Switch-Konsolen, hat keiner was dazu gesagt, keiner aufgefallen, ihr guckt nicht auf meine Thumbnails, ist in Ordnung, Welche Fahrer kommen noch in Booster-Strecken-Pass? Da haben wir ein bisschen in die Glaskugel gegriffen, ich hab mir Igitt gewünscht, aber realistische wie Diddy und Funky und Pauline haben wir auch bekommen. Vegan oder vegetarisch im Wandel der Zeit, da hatte ich mich eigentlich, äh, in erster Linie pro, dafür entschieden, dass es eine gute Sache ist, aber da gab's mal Leute, die es nicht verstanden haben, mit der militanten Veganerin, die ich da als Beispiel nahm, und die ist natürlich auch ein Extrembeispiel, ja, wenn man die nicht kennt, dann ist es halt schwierig. Leitungswasser trinken, das ist natürlich ein, das ist natürlich ein Thema und ein Titel, das hat sich nicht viel, haben sich nicht viele reingezogen, hab ich das Gefühl gehabt. Ja, Leitungswasser, da war ein bisschen die Diskussion, manche schwören drauf, und ich sag euch, dass es bei uns nicht so ist, auch bei uns jetzt, auch in der Gegenwart, das wird immer noch jeden Monat, kommt ein Typ, nimmt hier die Wasserproben direkt aus unserem Wasserhahn im Bad, nur um dann wieder unten hinten einen Zettel hinzuhängen, ja, leider wurden Legionellen in ihrem Wasser gefunden, sorry, wir kommen dann nächsten Monat wieder, nur damit sie den Zettel wieder nächsten Monat hinhängen, also ich frag mich, nach wie vielen Jahren und wie vielen Tests, die dann irgendwann mal was machen wollen, vielleicht, ist halt die Frage, ne, hier ist das Wasser halt nicht so besonders, also, Mario-Kinofilm-Review, GZ-Rundführen-Gebühren-Erhöhung, Oberbürgermäster-Wald-Darmstadt, äh, ja, Full-HD gegen 4K, Blu-Rays, die ist das Ananas, Blamieren wegen Rasieren, das war auch ein bisschen persönlicher, wie ich, als ich, ja, als mir der Bartwuchs begann, äh, mich nicht getraut hab, quasi, irgendwen zu fragen, nach einem Rasierer, und ich hab mich mit einer Nagelschere rasiert, und, und, ja, andere eklige Sachen, so, der Part, das Wasserbett war ein totaler Reinfall, ja, Mensch, ne, da hab ich nur mein Wasserbett erzählt, dachte, das wär interessant, dann, Videospielmagazine waren Thema, ist das Leben nur eine Simulation, absolut, ne, bin schon seit langer Zeit tot, und das alles nur in meinen Träumen, dann haben wir hier die Tauchgänge zur Titanic, ja, darüber müssten wir reden, aber hinterher wurde's ja dann auch interessanter, wir haben ja dann die Reactions auch angefangen, und ich finde, Mario Kart 8, nur die Reactions, ne, auf meinem Reaction-Kanal, google mir mal, alles verlinkt, ne, auf meinem Let's Play-Kanal, auch unter andere Kanäle zu finden, ne, und so, also, da können wir auch ab und zu mal über Themen reden, abseits des ganzen direkten Gaming-Spektrums, also, es ist ja so, dass dieses Let's Play, oder generell die Mario Kart Online-Let's Plays, auch dafür sind, dass ich mal, ähm, ein bisschen über den Tellerrand hinaus reden kann, und über diverse Themen, dann machen wir das jetzt aber auch bei dem Reaction-Kanal, ne, nur, ja, brauchen die, die passenden Videos dafür teilweise, das hat sich zum Beispiel, das beißt sich so, oder es, es überschneidet sich dezent, schwere Vorwürfe an einen Nintendo-Youtuber, der Skandal um Destiny Cast, von dem habe ich auch seitdem gar nichts mehr gehört, er ist einfach komplett weg, er hat sich komplett weggeduckt, und von dem hört man nichts mehr, modernes Gaming hat sich verändert, ja, ich glaube, da geht es ein bisschen um Cloud Gaming, und früher gab es Memory Cards, und so weiter, und so fort, meine Elektriker-Ausbildung, die ganze Geschichte, und da gab es später noch einen zweiten Part, also ein Part 77 und ein Part 80, und die sind auch sehr sehenswert, wie ich damals auf der Baustelle gearbeitet hatte, ich erwähne es immer mal wieder nebenbei, und damals auf dem Bau, da erzähle ich euch jeweils ein Stundenpart im Schnitt, was ich da alles erlebt habe, und ich erinnere mich auch sehr gut, ich habe da meine Gedanken schweifen lassen, habe so drüber nachgedacht, davor, oder auch nach dem ersten Part, und da sind mir so viele Sachen eingefallen, wo ich mir dachte, da muss ich drüber reden, das muss doch ausgesprochen werden, was habe ich dann getan? Dann ein Part, ich habe Montes Gönnergy probiert, bin ich immer noch dafür, hier auch das neue Gönnergy Kaktus, das kann ich eigentlich trinken, was ich eklig fand, war dieses andere, das schmeckte wie, ähm, diese, diese Wig-Bonbons, ne, also wie so ein Lutschbonbon, so, ey, Bruder, das war eklig, das war der Ekligste bisher, so, Paketdienste, Stories, DAL und Co., Amazon, auch immer noch eine Katastrophe, bleibt nicht aus, du musst halt, wenn ein Amazon-Paket kommt, hier permanent, am PC kleben, warten, bis der kommt, und dann runterrennen, weil sonst wird hier alles geklaut, äh, Lieferando-Geschichten, Markus und 101 Jobs, auch ein sehr interessanter Part, der Part 84, da, äh, ja, wie ich damals bei McDonalds gearbeitet habe, im Einzelhandel, und bei einer Betrügerfirma, richtig, ja, Combera, und da erzähle ich euch mehr davon, Part 85 war über Halloween auf Burg Frankenstein, auch, jetzt nach der Zeit, also manche Parts kriegen mit der Zeit immer mehr, äh, Klicks, da sind es auch immer noch nur, 2300 Klicks, nach acht Monaten, das, also, ich erzähle da nicht über, generell über Halloween, so wie ich es gemacht habe, über Silvester oder so, sondern ich war an Halloween auf Burg Frankenstein, und es war das letzte Feier, die letzte Festlichkeit auf Burg Frankenstein, nach jahrzehntelanger Tradition, und, ähm, das Erzählenswerte dabei in Part 85, ist nicht die, äh, das Event an sich, das auf der Burg, sie haben sich ja viel als Hexe verkleidet, oder als Kettensägen-Typ, und da hast du sowohl für die Kinder, als auch für die Erwachsenen, so richtige Gruselstimmung, das war der eigentliche Plan, das Skandal, über den ich da reden möchte, ist das ganze Drumherum, was einfach nur eine Farce war, weil wir da hingefahren sind, und dann mussten wir zwei Städte weiterfahren, um auf den Parkplatz zu stellen, und dort mit dem Bus die zwei Städte wieder zurückzufahren, und, äh, davon abgesehen, ja, das war so eine Katastrophe, und dann eine Riesenschlange stundenlange eintritt, weil jeder seinen Regenschirm und Tasche abgeben muss, nur, und dann, wenn es anfängt zu regnen, standen die Leute wirklich wieder ein, zwei Stunden da, um ihren Regenschirm zu holen, die ganzen Leute wollten weg, die ganzen Leute standen im strömenden Regen, wurden nass, haben genießt, Kinder geweint, Eltern haben gemotzt, dein Kind wird krank, und, äh, weil die einfach, also, warum konnte man nicht einfach sein Regenschirm behalten, das ist eine Geschichte, Freunde, die, äh, lege ich euch auch ans Herz, ne, ich gebe euch ein paar Geheimtipps, wenn euch mal langweilig ist, speichert euch die Parts einfach mal, in eine Lesezeichen oder so ab, oder später Ansehen gibt's auf YouTube, ne, das nutze ich selbst nicht, ähm, deswegen, echt, also, äh, Part 85 ist ja auch nochmal, ne, das ist, das ist ja Wahnsinn, Welche Fahrer fehlen noch im Mario Kart 8? Ja, ich glaube, da hatten alle Themen, die ich nicht besprechen werde, um was ging's denn da? Generell so Corona und Krieg, aber ich glaube, da hatte ich noch was anderes, worauf ich hinaus wollte, ne, Part 90, äh, YouTube Shorts, TikTok, Instagram, neue Mario Kart 8 Credits, Boah, die können wir nochmal einspielen, oder? Wollen wir gleich. Ja, äh, ziemlich allgemein, 2D Jump Runs, warum kommt kein neues Wario Land mehr? Das hab ich, das ist ein Thema, das hatte ich mir schon lange aufgeschrieben gehabt, glaube ich schon seit dem Mario Kart 8 für Wii U Let's Play, oder, äh, 2017 auf jeden Fall, ne, generell über 2D Jump Runs zu reden und, äh, warum das anders war früher und warum heute zum Beispiel kein Wario Land mehr kommt. Ich hab da, äh, genauestens beleuchtet, Bandai Namco Talk, Gottschals letzte Sendung, Wetten, das mit der, mit der, mit der, boah, wie hieß die gleich? Ihr wisst schon wen. Mein Senf zur N-Wort-Debatte, 26.000 Aufrufe, da ging's um Domtendo, da ging's um Random Kai und, ja, das GTA und das N-Wort und hast du nicht gesehen? Joa, da hab ich meinen Senf da definitiv dazugegeben. Dann ein generischer Weihnachtspart, was AI schon heute alles können, mit, mit Crush on AI. Haben mir Leute geschrieben, hey, danke Markus für den Tipp, Mann. Ihr seid so durch. Smileys und Emojis im Wandel der Zeit und Part 100 war dann die Super Switch, kommt bald. Bald ist relativ, aber Part 100 haben wir schon mal über alles geredet, was wir zum Switch-Nachfolger wissen. Da hat sich seitdem auch nicht viel verändert, möchte ich sagen. Nintendo Selects auf der Switch, ey, Freunde, da bin ich auch, warum kam das nicht? Ich hoffe, das kommt in der Herbst-Direct. Die müssen diesen Joker doch ziehen, die Switch-Spiele an den Mann zu bringen. Nehmen die die billiger Verkauf, was ist denn los? Minderjährigen Skandal um Chan von Apple War. Ja, also ich hab ja gesagt, der Cinecast hab ich nie wieder was gehört. Der Chan hat sich auch weitestgehend gelöscht aus dem Internet, nachdem das publik wurde. Zum einen, da hatte ich mal wieder einen kleinen Fetzen gesehen, und zwar dieser Meerschweinchen-Kanal oder sei es nur auf Instagram, hat schon mal ganz vorsichtig vor ein paar Wochen wieder versucht, was zu posten von einem Meerschweinchen. Ich weiß noch, ob es wieder mehr wurde, vielleicht nicht, aber anders als bei Random Kai habe ich von Chan von Apple War wieder mal so einen kleinen Versuch vernommen, ob man da ganz normal mit so ein bisschen Meerschweinchen-Filmen vielleicht doch noch, ob man da sofort gehatet wird. Und ich glaube, ich hab keinen Hate gesehen. Also ich glaube, das waren wirklich nur die Leute, die wegen den Meerschweinchen da gefollowt hatten. Ja, also für den Part habe ich eine Kritik bekommen, ne? Also von wegen, ne? Da haben ja viele, der Stay hat mich ausgelacht. Stay oder auch Carina Push haben sich mein Thumbnail vorgeknüpft und haben gesagt so, bist du bescheuert? Ne, haben sie nicht gesagt, aber so thematisch gesagt, von wegen, das geht doch nicht. Wie kann dieser Let's Play Markus hier das Thema so verwurzten? Ja, wo ich mich gerechtfertigt habe, auch unter Stay's Video und habe, weiß ich wie viel, tausend Daumen hochbekommen oder so? Und da bilde ich mir das gerade ein, weil, weil, ja, weil es einfach mein Format ist, dass ich bei Mario Kart 8 über Themen rede. Ja, ob ich jetzt mit Standbild mache oder dabei einfach mal auf meinem Autopilot Mario Kart spiele, ist die eine Sache. Aber, vor allen Dingen war das ja mit dem Argument, oh, das Opfer und das Opfer. Ja, die Person, um die es ging, ist eine Abonnentin gewesen, die auch in meinem Video geschrieben hatte, die Lucy, wie sie früher hieß, ja, oder heute Sam, ne, also die kennt mich, die hat mich schon früher geschaut und die kannte mich auch zu dem Zeitpunkt, hat auch drunter geschrieben, ne, aber Hauptsache, erstmal meckern, ne. Ja, und ansonsten, was ich als Zeitreisender tun würde, ja, meinen Gaming-Laden in den 80ern aufbauen, unendlich reich werden, natürlich, durch Tippspiele und so weiter und dann jedes Spiel fünfmal kaufen, irgendwie so. Wieder Euphorie zu Heim-EM24 war ein Thema, ja, haben sie ein bisschen hinbekommen, ne, also, mehr kann man nicht verlangen. Wovon träumst du? Nachts? Ging es um Träume? Ähm, dann hatten wir Part 109, war mit Wollo und Ricky, mit den Backseat Boys über die Top 5 Sonic Games, das war nur eins von drei Videos, die anderen beiden gab es auf dem Backseat Boys Kanal, das war auch eine sehr lustige Runde und ein schöner Part. Ne, dann totale Sonnenfinsternis, ich musste mit Wehrpflichtdienst noch zur Musterung, richtig, hier, ihr dürft jetzt auch bald wieder, Wehrpflicht, let's go, Spargel oder nicht Spargel ist die Frage, genau, EM in Deutschland, dann Part 114, Trump again oder Biden again, tja, das war natürlich, das war ein bisschen unangenehm, weil, ein paar Tage vorher schon aufgenommen, fühle mich immer wohl, wenn ich, wenn ich es schaffe, ich schaffe es ja auch nicht immer, ähm, ein paar Tage vorher, dass wenn ich mal ein, zwei Tage krank werde oder einen Tag mir denke, okay, heute geht gar nichts, das ist, das ist kein Untergang, das ist nicht, dass ich mich, dass ich mich nicht zwingen muss, zu sagen, oh, ich muss heute aber aufnehmen, so, und, ähm, deswegen schaffe ich oftmals schon gern so, zwei, drei, vier Tage, voraus, Vorrat, wenn es geht, bei dem einen oder anderen Projekt, und gerade der Mario Kart nicht so häufig kommt, ne, da habe ich ein paar Parts aufgenommen, und schwupps, geht es um, äh, hier, der Biden ist ja zurückgetreten, Kamala Harris, ja, was gibt es da noch für ein Update von mir zu sagen, nach dem, was ich, ich habe mich nicht groß damit befasst, ganz ehrlich mit Kamala Harris, aber was ich da in den Kommentaren gelesen habe, klingt so, als sollte man absolut dafür sein, dass, äh, Kamala Harris das gewinnt, ne, und deswegen, ja, von mir volle Soli, wer braucht schon Taylor Swift, wenn Let's Play Marcus sagt, wählt Kamala Harris, ihr 0,0, äh, wahlberechtigten Amerikaner, die mir gerade zuhören, okay, dann hier die Kilos runter mit Abnehmenspritze, das war natürlich auch ein Part, wo ich mir dachte erst, ich mache ein provokantes Thumbnail, aber irgendwie wollte ich dann keine Spritze auf Thumbnail tun oder so, da geht es halt um, um, ums Abnehmen, so, und dass ich die Abnehmenspritze von Wegovi halt hatte, im März und so, und, äh, dass die bei mir halt, mh, sag ich mal, Nebeneffekte hatte, die ich nicht lustig fand, was mich aber motivierte, so abzunehmen. Da hatte ich aber eine ziemliche, äh, Triefnase, ich habe mich super fett angehört in dem Part, einfach weil ich in die Nase zu war. Da stecke ich nicht drin, Mann. Bald ist meine Heuschnupfensaison vorbei. Der geht halt bis September. So, und Part 116, die Lehrer meiner Schulzeit, das war wieder ein bisschen persönlich, ja, da habe ich ein bisschen erzählt, aber es hat mir auch eine Menge Spaß gemacht, wirklich einer der besseren Parts, Part 116, die Lehrer meiner Schulzeit, gibt viel zu bereden und viel wieder auszuspucken, weil ich aber auch eine Sache sagen muss, ne, dann konnte ich nicht umher, hinterher nach dem einen oder anderen Lehrer und Lehrerin zu googeln und die Lehrerin, die ich meinte, ne, wo mir auch früher schon Leute in den Parts geschrieben haben, oh, ich weiß, wie eine meins ist, meine Klassenlehrerin, äh, die mich so angepflaumt hat und, und, ne, von wegen Fenster auf Fenster zu und die mir keine Note 1 gegeben hat, sondern nur eine Note 2, obwohl sie gesagt hat, ne, das Diktatheft zählt dann für die Zeugnisnote. Ja, über die Lehrerin habe ich ganz schön gelästert und dann habe ich gegoogelt mit dem Ergebnis, ja, verstorben im Mai 2024. Nach kurzer, schwerer Krankheit. Hä? Ja, es ändert nichts an der Tatsache, ob die, äh, dieses Jahr gestorben wäre oder vor 10 Jahren oder in 10 Jahren, aber, trotzdem, irgendwie ein Zufall, dass es so relativ zeitgleich passiert ist, ne? Naja, ansonsten, gute Wahl. Und, Part 117, der König der Löwen, da hatte ich auch noch mal einiges zu bequatschen. Und schließlich, äh, Part 118, wir machen Schluss mit Mario Kart 8. Ich weiß noch nicht, wie der Part heißt. Aber hier sind wir jetzt. Dann, würde ich vorschlagen, es ist das letzte Rennen, ne? Was ist das letzte Rennen? Es ist aber, eins möchte ich mal sagen, ne? Ich habe ja jetzt 11.000 Punkte. Und wenn man sich das noch mal anschaut, ich war mal bei jemandem und, äh, wir haben Casual einfach Mario Kart, äh, 8 online gespielt. Diese Gruppen mit Leuten, die nur 1.000, 2.000 Punkte haben, ne? Das war ja zum Weggähnen. Da konnte ich ja problemlos gewinnen, ohne Items einzusetzen, so, sag ich mal. Und dabei sah es gar nicht so aus. Es ist schon, äh, ein kleiner Unterschied. Ich meine, der Shadow Martin da, der, der lacht sich natürlich kaputt. Seien 85.000 Punkten. Ich weiß nicht, wo der sonst normalerweise ist. Also, das ist auch einer, der mich kennt, ne? Der mir vielleicht nachbejoint ist, wahrscheinlich. Hier in diesem Part auch wieder ein paar Abonnenten dabei. Also, grüß euch. Und, ja. Wollte ich nur mal erwähnen. Also, das ist vielleicht sogar, ne? Der Magus, der wird ja nicht immer erster. Ja, Sapperlott, ne? Auch nicht hier. Aber, ja, genau. Ey, wenn ich, ich war vorhin schon im Käseland erster, dann muss ich jetzt eigentlich noch mal letzter werden, damit sich das schön abrundet. Damit wir beides drin haben. Na ja, ist okay. Übrigens, ja, ich hab da auf dem Thumbnail, ne? Das hatte ich schon fertig. Ich hab einfach nach einem generellen Mario Kart 8 Deluxe Thumbnail gesucht. Und deswegen hab ich das gefunden. Mit Mario drauf, obwohl ich Funky Kong fahre. Dann! Ein hochoffizielles Schüssi. Danke fürs Spielen. Das ist mein letztes Spiel. Ne, das klingt so, als wäre... Tschüss! Ninten Crow. Aber, ihr müsst ja alle nicht, äh, kein Grund zur Besorgnis... Jetzt gucken wir uns hier nochmal an. Da ist ja unser Booster-Streckenpass. Wo wollte ich... Wo ist die Credits nochmal? Ach, Haben wir ja schon mal gesehen. Gab ein Part, wo ich die Credits gezeigt habe. Kamen neue Credits nach dem... Nach der sechsten Welle des Booster-Streckenpasses. Ähm, ja, wenn ihr mehr Mario Kart sehen wollt, von mir! Es gibt wunderschöne Let's Plays zu Super Mario Kart und zu Mario Kart 64. Die zu Super Circuit, Double Dash und DS sind schon ein bisschen älter, aber ich habe auch neuere, musterbültige Let's Play. Zu Mario Kart Wii und Mario Kart 7, 8 natürlich und auch Mario Kart 8 Custom Tracks, sogar neueres Custom Tracks Let's Play zu Wii Version. Ja, und so, so manchen Kram, ne? Auf Funracer wie Diddy Kong Racing, wunderbar vorhanden, Crash Team Racing, Nitro-Fueled. Aber, ich kann mir vorstellen, dass einige das Let's Play jetzt auch nur noch verfolgt haben. Ja, um vielleicht mal podcastartig in ein Thema reinzuhören und da empfehle ich wiederum wieder meinen Reaction-Kanal GoogleMemma. Ansonsten geht's ja bestimmt nächstes Jahr weiter mit dem nächsten Mario Kart. Und ich will auch mein Format weitermachen. Das hatte ich angefangen, den Rankings der Mario Kart-Strecken. Da habe ich den Mario Kart 1 bis 4 schon gerankt. Und dann kam irgendwie viel dazwischen. Ja, das würde ich auch weitermachen. Das habe ich eigentlich aus der Intention gestartet, die Booster-Strecken-Pass-Strecken zu ranken. Deswegen, hoffentlich geht's da auch weiter. Wenn ich ein bisschen Video-Vorrat habe, kann ich mich auch wieder so ein bisschen schnittaufwendigere Videos setzen. Hätte ich eigentlich Bock drauf. Aber hier möchte ich einen Schlussstrich ziehen unter diesem Let's Play. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, ein bisschen Unterhaltung und wir haben teilweise Videos für die Ewigkeit, wo ich auch in 14 Jahren sagen werde, das habe ich doch damals im Booster-Strecken-Pass-Part so und so schon beredet. Haha. Und ihr wart dabei, ne? Wie gesagt, ein paar Empfehlungen haben wir noch raus. Und, was es bestimmt noch wieder geben wird, wenn das nächste Mario Kart angekündigt wird, so ein Prognose-Prediction-Video, welche Retro-Strecken man noch verwursten könnte. Daran habe ich auch immer einen großen Spaß. So oder so werdet ihr Mario Kart bei mir nicht los. Ich möchte nur mit diesem Format ein bisschen mich regenerieren. Meine Freunde, Damen und Herren, dann was sollen die vielen Worte. 118 Parts, zweieinhalb Jahre Booster-Strecken-Pass enden jetzt. Abgeschlossenes Let's Play To The Rescue und bis zum nächsten Mal. Mario Kart 9 so kommen möge. Haut rein und warum habe ich Whitescreen jetzt? Bis dann. Ist der Daumen oben? Werde ich euch loben? Bis dann und ciao.